Erschreck dich jetzt bitte nicht, ich zeige dir jetzt mal wie mein Kopf aussieht, wenn ich nicht getrickst habe. Ich habe ziemlich krasse kahle Stellen auf dem Kopf überall, da ich an androgener Alopezie leide. Und bisher gab es nicht so viele Sachen, die mir wirklich geholfen haben, bis auf eins und das ist Schütthaar. Du siehst gerade, dass ich da so ein schwarzes Pulver auf meinen Kopf mache. Das sind geraspelte Keratinfädchen. Die halten per elektrostatischer Ladung am Kopf und an den Haaren. So wird quasi wie so ein Teppich auf deinem Kopf erzeugt. Und das ist super, denn es deckt wirklich alle Stellen ab und man sieht einfach nicht, dass da getrickst wurde. Schütthaar ist eigentlich sehr teuer. Also normalerweise bezahlt man pro Dose mindestens 20, wenn nicht sogar 25 Euro. Fidencia hat jetzt allerdings eine eigene Reihe auf den Markt gebracht und da kostet diese Dose einfach nur 10 Euro. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich günstig und ich denke für jeden machbar, der da gerne was gegen sein Problem tun möchte. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass da wirklich jetzt eine günstige Lösung gefunden worden ist. Das ist wirklich günstig.